Hallo, ich bin Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 13. Oktober 2021. Wir befinden uns immer noch in einer kleinen Verfallswoche des DAX und er hat zum Dienstag sein Sprungbrett genutzt. Wir haben darüber gesprochen, dass der junge Mann hier auf das Sprungbrett springen kann und dann davon abhängt, wie schwer er sich denn tut oder beziehungsweise wie schwerfällig ist, gewichtstechnisch, um eben durch das Sprungbrett durchzubrechen oder da einen guten Absprung hinzuliefern. Wenn wir jetzt so angucken, was er getan hat, ist das ein ganz schön kleines Kunstwerk, was er probiert zu machen, so dass man da durchaus ein bisschen vorsichtig noch sein muss, dass er sich dann nicht irgendwie die Stirn am Sprungbrett jetzt aufschlägt, auch wenn er schön abgestoßen ist, weil, ich sag mal, das Sprungbrett ist nun durch. Also das hat geklappt. Der hat zwar, muss ich zugeben, war bestimmt für einige dann ein bisschen zu tief. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es war zu tief. Also es hätte auch nicht zu tief sein müssen. Das ist schon die 15.10 gewesen, die ja eigentlich als nächste Stelle, 15.10 hat man glaube ich gesagt, 15.10, 14.99 wäre so die nächste Anschlussstelle, wenn hier der Bereich um 15.17 nicht gehalten werden kann. Aber das ging so zügig da durch und dann hat man auch, 9 Uhr hat man richtig auf, also wir hatten uns eher mehr auf die 9.30 dann fokussiert im Verteiler. Also für die, die die Updates bekommen hatten, dort haben wir auf die 9.30, nicht 9.30, auf die 0.30 geguckt und gesagt haben, gehen davon aus, dass der sich dort gegebenenfalls nochmal stabilisieren kann. Und das hat er dann auch getan. Hat auch nicht zum Zieldarstatt da rumgezappelt und dann volle Möhre zurück. Und er hat dann hier so den Bereich erreicht, 15.180, 15.1, 15.200. Der hat mir dann auch gesagt, na ja, das ist jetzt erstmal so die Stelle, da kann ein bisschen seitwärts kommen, rein in die, runter in die 110, einfach ein bisschen seitwärts, dann müssen die Amerikaner dann zeigen, was sie können. Also per Mail haben wir das gesagt, nicht im letzten Video. Im letzten Video haben wir ja immer über dieses Abstoßen gesprochen und das Hochdrücken und wohin er denn gehen kann. Und da ist jetzt nichts passiert. Denn der ist seit, keine Ahnung, 11.15 Uhr jetzt da in Schockstache geblieben und die Amerikaner haben eigentlich gar nichts gemacht. So, und das ist jetzt allerdings etwas, was jetzt nicht unbedingt positiv ist. Na, einfach aus dem Grund, dass wir unten eine Konterchance gesetzt haben und der Markt ja hier jetzt quasi eine mögliche erste Impulswelle gesetzt hat. Und wenn es jetzt darum geht, wird das jetzt hier eine dritte oder ist das noch Korrektur? Also eine zweite Impulswelle nach oben. Wird es eine zweite Impulswelle nach oben oder ist das noch Korrektur? Und ich sag mal, wenn er sich so viel Zeit lässt hochzu, dann nimmt er damit den Käufern schon ein bisschen, na ja, ich sag mal, eine Basis halt, um zu sagen, ja, das ist ein Impuls, komm, volle Pulle rein. Ja, und wenn das nicht ist, dann halten sich vielleicht auch andere Käufer zurück und dann wird es wieder ein bisschen wackeliger auf der Unterseite, sobald wir die 15.1.10 unterbieten. Ja, und somit kann man hier schon, zumindest für den Mittwoch, schon mal zwei wichtige Waken mitnehmen. Das ist die 15.1.80 oben und das ist die 15.1.10 unten. Geht er nämlich wieder unter 15.1.10 zurück. Dann ist er auch schnell wieder bei der 15.70, bei der 15.30 und bei der 15.10. Und dann gegebenenfalls auch schon bereit mal die 14.9.65 anzuschnüffeln. Ja, also wenn der jetzt hier runterkommt, ich sag mal, wenn der zum Start kurz auf die 15.1.10 aufsetzt und der bollert wie ein Blöder, dann hoch über 15.1.80, dann ist das bullig. Dann hat er auch gutes Potenzial bis 2.70, 3.50, 4.35 und mehr hochzukommen. Ja, weil wir hatten das ja gesagt, wenn er am Dienstag hier sich gut stellt, dass er dann durchaus auch in die Woche rein eine Bewegung einfach fortsetzen kann, eine Erholung wegtreten kann. So, das heißt, kriegen wir den Vormittag hier bloß auf die 15.1.10 Runde und der bollert wie ein doofer nach oben, dann sollte man schon das ein bisschen zur Kenntnis nehmen und eben einplanen, dass er weiter kann. Solltet ihr aber den Bereich von 15.1.10 brechen, dann würde ich ihn eher wieder wackeliger sehen. Also das jetzt nochmal als Wiederholung zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ich sehe ihn dann eben unter 15.70, 15.30 und jedenfalls auch nochmal 15.10, 15.4, äh 14.9.65 hier abholen. Ja, alles was aber über jetzt 15.1.80 geht, ne, die Marke, die kennen wir aus den letzten Tagen, die hat schon immer mal wieder ein bisschen Gegenwehr gehalten. Das würde durchaus dann Platz bis Hochzeits 15.2.70 geben und wenn die nach oben gebrochen wird, dann wird sich der DAX versuchen, an dieser Aufwärtswelle zu bewegen, zu orientieren halt auch, ne, so dass man hier jetzt Projektionsziele ableiten kann, indem man einfach diese Gesamtlänge an das Tief hier repliziert und von dort einfach wegzieht. Und dann, damit hat man dann Ziele, die der DAX jetzt in der Aufwärtsbewegung dann schön ansteuern kann, ne, vorzuheben hier die Bereiche um 2.70, das ist oft in der Variante wichtig, ne, sehen sogar, dass er hier momentan eben an 38% der ersten Bewegung rumhampelt. Und eben dann auch hier oben die 15.435, also das passt schon sehr gut in die restlichen Chartzonen hinein, so dass ich das nicht ganz außer Acht lassen würde. Also können wir grundsätzlich sagen, und zum DAX geht es oberhalb von 15.180 eher besser, er hat gute Chancen dann wieder Richtung 15.270 zu treiben, über 15.270 triggert er sich Richtung 15.350 ein und darüber Richtung 15.435, ja. Aber so, wie der jetzt hier so nur zur Seite gelaufen ist, nach diesem schönen Anziehen, das zeigt nicht, dass da jetzt viel Stress aufgekommen ist. Das zeigt auch nicht, dass da jetzt unbedingt Kaufzwang losgetreten ist, das zeigt eher, dass die Amerikaner unsicher sind und sich nicht richtig positionieren wollten, um vielleicht lieber erst mal zu gucken, was jetzt in der Asiensession passiert. Ne, da hat es nun den dritten Immobiliengiganten in der Kette, also was heißt Giganten, Giganten ist falsch, aber da gibt es immer mehr Immobilienunternehmen, die jetzt ihre Anleihen nicht bedienen. Die bedienen einfach nicht halt, ne, die können sie nicht mehr bedienen. Und, hm, ich bin nicht, ich bin kein Nachrichtentrader, ne, und ich will auch nicht, ich will auch nicht, ich will eigentlich gar nicht dann Kontext zusammenstellen, aber wir haben gesehen, dass die Amerikaner kein Signal gesetzt haben und für mich ist das ein Zeichen, die wollen gucken, wie der, wie der, wie der asiatische Handel wird. Das kann ja sein, dass der positiv ist, trotz schlechter Nachrichten, ne, und dann sich der Markt oberhalb von 15.180 weiter hochlebt, dann würde ich das auch beachten, ganz egal, was da mit Immobilienfirmen und so weiter wie passiert, aber wenn es uns unseren DAX nochmal unter 15.110 wegdreht, denke ich, kriegt man auch nochmal den Bereich dann hier vorgeladen. Und von daher würde ich so eigentlich für den Mittwoch eingrenzen, ne, oben die 15, die Marken, die wir jetzt 20.000 Mal genannt haben, ihr könnt es jetzt auswendig, und eben unterhalb von 15.110 in der anderen Seite. Und damit würde ich euch gar nicht länger aufhalten, das sind die wichtigen Punkte, der Markt beachtet die wichtigen Punkte, also können wir sie auch für uns nutzen, und habe daher nichts mehr mitzugeben. Ne, in diesem Sinne, wie würde ich zum Mittwoch handeln? Ich würde mir den Start besonders gut angucken, und wenn der DAX hier 9.30 Uhr oder 9 Uhr oder 10 Uhr oder auch 10.30 Uhr, sagen wir mal in dem Zeitfenster vom Xetra-Start bis vielleicht 10.30 Uhr, sich in dem Bereich runterlegt und der ballert hier nach oben los, und das kommt meistens eher 9 Uhr, ne, dann wäre der für mich, glaube ich, eher ein Long-Kandidat für den Mittwoch. Sehe ich aber nur hier oben ein kleines Drüberzucken und einen harten Abverkauf, Runde unter 15.110, dann wird der für mich schon interessant, und zwar in die kleinen Zwischenstationen hier rein. Dann bist du vielleicht sogar 14.965. Ja, soweit die Perspektive. Und wie gesagt, oben haben wir Platz bis 3.30, bis 4.35 und bis 2.70, 2.65, ne? Da lagen die FIBO-Projektionen. Also es deckt sich sehr, 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 sehr gut mit allen anderen Marken, die wir im Chart drin haben, und deswegen würde ich es nicht ignorieren, wenn der Stärker zeigt zum Mittwoch. Das halte ich für verkehrt. Wenn der wirklich stark ist und man stellt sich dann dagegen, ich glaube, das kann in die Hose gehen, würde ich nicht machen. Gut, dann Klappe zu, Affe tot, bis morgen. Tschüss.